So, gut! Dann wollen wir das nochmal hier kurz angucken, was Körb hier gefunden hat. Ja, mann, chill! Irgendwann muss sich da was interessieren. Du Adeklackwurst, Mensch! Du denkst, es ist John? Du erzählst mir. Es sind Hortrags für sicher, aber es könnte niemand sein. Mal sehen, wo sie gehen. Also, du warst da, Javier. Was hat wirklich auf dem Boot passiert? Wir hatten das Geld, es war gut. Dann waren sie plötzlich überall. Bounty Hunters? Nein, Pinkertons. Es war verrückt. Bounty Hunters! Geh dich langsam! Eine große Ravine hier! Oh ja. Da wollen wir auf keinsten reinfallen, ey. Auf keinsten. Auf keinsten. Aber es war eine schlechte Situation. Das ist nicht so wie ihn, aber. Ja, was muss man machen? Manche Situationen erfordern halt. Besondere Maßnahmen haben wir hier. Jaja. Coole Clippe, ey! Ja. Die kenne nicht sieht richtig besser aus. So, jetzt müssen wir uns da den ganzen Weg hochkämpfen. kämpfen genau gegen den schneesturm sie der nix man sieht ja gar nix zeit dass wir aus den bergen aber erst mal natürlich schon das würde alles nix ohne john marston können wir nix erreichen okay danke für die info javier ja das ist ja auf jeden fall sieht das hier auch schon deutlich besser aus als auf der anderen seite hier ist der schneesturm nicht ganz so toll ja das sehe ich gut sie lässt nicht aus die kremen auch schon dabei ja das war's das ist bestimmt auch schon eingefroren und sie kriegen das bestimmt gleich mit picken können oder john hallo je es war john hast du gehört was für ein speed das pferd hoch feuert unglaublich schnell wahnsinn ich habe meine flinde vergessen es tut mir leid es tut mir leid aber kein problem shotgun gegönnt und ab geht die fahrt ja wo ist die welt man sieht nix wolken schneesturm irgendwie cool aber auch irgendwie ein bisschen beängstigend aber wie glaubst du dass das alles na gut na guck mal der ist doch schon wieder das klingt doch schon ziemlich nah jetzt hier nicht runterglitschen bitte der würde man nach sowas von auswischen die europäische wird der m doch immer der ja wir haben ihn gleich schon war es die alte radde das ist was ist auch die ob die kommen wir mit uns nicht da oder was Aber da wird bestimmt mit dir gehen. Das ist aber... Ah ja, nice. Guck mal, hier. Also, wenn ich John wäre, ich hätte direkt hier gechillt. Schön geschützt vom Schneesturm, einigermaßen geschützt vom Wind. Hat sich hier richtig nahe seinen Stein anliegen. Aber nein, John ist ja anscheinend woanders. Jo, mach ich. Jo, weiter geht's. Das klingt doch jetzt, als wäre es weiter weg. Das hat doch gar keinen Sinn. Jetzt muss ich hier den ganzen Berg hochklettern im Schneesturm. Nur weil John wieder einen dämlichen kleinen Ausflug gemacht hat. Das tut man nicht alles für seine Bande, für seine Familie. Na, auch der nächste Ort, an dem ich gechillt hätte. Hier auch super geschützt, alles. Wo ist John? Natürlich wie hier. Klassiker. Ja, auf jeden. Danke. Erstmal die gute Buddel reinschädeln und ab geht's. Das war doch gut. Gleich ein bisschen wärmer. Gleich ein bisschen motivierter. John. Johnny Boy. Oh, das klingt aber jetzt doch schon sehr nah. Down here. Aber wo? Over here. Alright. Hot down, Marston. He's down here. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good, neither. I'm freezing. You don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sign? And we're missing that through the ship. I'll argue with you there. See? I told that you weren't the right man for this. I'm sure you did. You alright? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Oh, damn. You see that on the ridge? Oh, damn. That's is gar nicht gut. Yeah, shit. That's kind of sick. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Kite abate, bitte. All right, John. Come on. Let's get you on that horse. We'll get you out of here. Keep them away from us. Stay here. Ow! 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 I'm sorry. Aber ich wusste auch nicht, wieso ich nicht zielen konnte am Anfang. Das habe ich nicht verstanden. Aber was wir noch machen? Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Nichts ist passiert. Wir machen das nochmal. Wir machen das nochmal. Gleich beim ersten Mal versagt. Was für ein Schande. Oh, shit. Ich werde ihn verraten, während du zu den Häusern kommen kannst. Geh! Geh sie weg. Ah, jetzt kann ich sieben. Das ist gut. Ja, die eben ziehen können natürlich alle. Wollen wir die eigentlich fertig gemacht. Das ist ja gut klar. Wir holen dich raus. Arthur, distraught sie! Keep them off of us! Ja, siehst du ja, hätt ich ziehen können, wäre das alles gar kein Problem gewesen. Aber, ich konnte ja nicht ziehen, was wir machen. Hab' je. Kann man die Fälle luchen. Das sind doch hier gut für Winter und so. Uns ist allen kalt. Ne. Gut. Das ist wohl noch nicht angesagt. Da müssen wir wohl noch etwas warten. Ich muss auch im Mund gebissen, ey. In Costa Rica. Die Story erzähl ich irgendwann mal. Highlight war's nicht. Ich bin noch ein paar. Die Tudel. Man, man. Aufregend. Genau, einfach überfahren, sozusagen. Nice. Die Tudel ist heiß. Wie ist das, Marston? So ungefähr. Du wirst okay sein. Wir haben jetzt ein Schild. Danke, dass du mir gekommen bist. Natürlich. Ein Blut in Blackwater, jetzt das. Du hast eine höchste Zeit. Und Arthur sagt immer immer, ich bin Glück. Ich werde jetzt ein bisschen in das Wasser fahren. Ich versuche, einen Schild zu verlieren. Ich will nicht den Weg zurück zum Kampen verlassen. Du weißt, wir brauchen eine bessere Geschichte. Die Tudeln sind natürlich super empfindlich. Mein Lieben sind wir jetzt ganz krank. Lass rein. Machen wir anscheinend aber nicht. Na gut, machen wir halt nicht. Was soll's? Ja, John, wir haben dich gerettet. Das ist gut, wa? Jetzt kommst du hier in dieses kleine Schneecamp, wo eigentlich nichts passiert. Komm schon, jemand, helst John nach oben. Können wir hier etwas Hilfe bekommen? Können wir hier etwas Hilfe bekommen? Ja, du helst uns mal, Leute. Können wir etwas Hilfe bekommen? Wir brauchen hier etwas Hilfe. Komm, helst ihm hier. Du bist leid. Du bist leid. Du bist leid. Hier geht's. Hier geht's. Ja, super, ne? Die alten Kanten sind seine Kanten. Komm schon, wir werden dich warm. Danke, danke, Boat. Das ist ein neues Lohn, sogar bei Ihren Kanten. Danke, Arthur. Danke. Haben Sie noch weitere Verlusten Mäden zu helfen? Nicht heute. Haben Sie und Dutch darüber gesprochen, wie wir hier rauskommen? Ich war nur mit Herr Strauss mit Herrn Strauss, wenn die Wärme ruft, dann glaube ich, wir müssen weiter nach links. Nach links? In all das... ... das Zivilisation? Ich weiß. Der Westen ist, wo unsere Probleme sind schlimmer. Komm schon, Herr Strauss, wir kommen. Danke, Herr Muggen. Danke, Herr Muggen. Danke, Herr Muggen. Danke, Herr Strauss. Danke, Herr Strauss. Danke, Herr Strauss. Der Spiel ist gerettet. Kein Problem für uns. Die Wölfe auch einigermaßen souverän beim zweiten Versuch abgeschossen. Noch eine Schublade. Und jetzt müssen wir uns und uns natürlich ausrüsten hier. Alles, was nicht knick-und-nagelfest ist, wird mitgenommen. Ne, Dutch? Brauchen wir alles nicht mehr hier drin, bald hoffentlich, weil wir aus dem Schnee verschwinden. Auch klingt erstmal nach einem guten Plan. Nix drin. Nix. Leute, was ist denn hier los? Hier sind nix. Gar nix. Das war eine Enttäuschung. Nix zum Bluten. Dutch. Ja, aber dann irgendwann müssen wir es auch erholen. Also ja. So ist das. Da können wir nix mehr machen. Oh, hier ist das hell hier draußen. Und natürlich wie der Schneesturm. Was haben wir denn hier noch so zu tun? Gehen wir erstmal zum P. Können wir nicht sprinten? Nein. Na, du? Na? Was geht jetzt so? Wir sind okay. Wir haben ein paar Kanteien und ein Rappet, für was, 10, 12 Menschen? Als ich in der Nafie war... Ich will nicht hören, was du in der Nafie warst, Herr Pearson. Wir waren auf der Nafie auf der Nafie, für 50 Tage. Und du schuldigst, schuldigst du? Als wir weg von Blackwater entfernt, ich konnte nicht mehr Behandlung in. Wenn die Regierungen in der Nafie wundern, manchmal haben wir die Verkaufgabe, müssen wir schuldigst. Wir leben. Wir haben immer. Wenn es braucht, können wir dich essen. Du bist der Beste. Ich habe Lenny und Bill geholfen, und sie haben nichts gefunden. Lenny ist mehr in der Buch lernen, als in Behandlung. Bill ist ein Verrug. Wenn die Mäste sind, dass sie ein Spiel machen wollen, dann ist es kein Wunder, dass sie genug gefunden haben. Wir gehen und versuchen etwas zu holen. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go, Hunter. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if this game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, take this. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun and we'll scare off every animal from miles around. You're never too old to learn. I imagine. Come on. This way. Na gut, anscheinend ist Arthur nicht der beste. Jäger und Bugenschütze, wenn ich mir das so anhöre. Aber macht nix. Das kriegen wir schon hin. Mit der Hilfe von Charles. Hä? Ist das nicht das Pferd, was wir hier ganz am Anfang hatten? Ja, das denke ich auch. Da hat Charles schon recht. Findet ihr was, was zu töten, das nicht kein Driscoll? Hm. Da ist natürlich auch Fleisch hier. Pearson weiß nicht, was er spricht. Jetzt, wenn das Wetter ein bisschen verhängt, werden sie brauchen, um sie zu füllen. Ja, also hier werden ja wohl irgendwo Tiere sein, in diesem riesigen, riesigen Gericht. Außerdem müssen sie trinken, obwohl vielleicht wurden die auch ein bisschen Schnee zur Flüssigkeitsaufnahme. Kann natürlich auch sein. Aber wenn hier schon so ein Fluss ist, würde ich auf jeden Fall aus dem Fluss trinken. Als Tier, natürlich. Auch als Mensch, wenn ich jetzt hier wäre. Ich kann das auch nicht beraten. Weiter geht's. Charles, ob er schon Fütterung aufgenommen hat. Anscheinend hat er irgendwelche Ideen. Ja, machen wir. Lass mal hier runtergehen. Reiten, meine ich natürlich. Okay. Okay, ich bin ganz ruhig. Jo, machen wir. Den Bogen haben wir schon in der Hand, direkt dabei. Das ist gut. Ah, guck mal, die Spur ist sicher sogar ich. Danke für den Diss. Auf Beschämtheit. Na, guck mal, Charles, ich sehe die Fährte auch. Ich kann da auch voll. Gar kein Ding. Warum? Kein Problem. Für Arthur morgen. Du siehst die Fährte? Machst du der Hand da? Vielleicht nicht. Fokus. Mach ich. Adlerauge. Fertig folgen. Ja, aber so, ich muss ja sagen, die hätte ich jetzt im Schnee auch so gesehen. Ja, check. Aber wo ist das Tier, was wir suchen? Hä? Die Spur geht hier lang. Ah, ich glaube, da vorne haben wir Wasser. Ich habe doch gesagt, ich würde auf jeden Fall hier an die Frust Wasser trinken. Das ist gut. Jetzt werden wir gleich mal wieder unsere Master Hunting Skills auspacken. Ach, Charles, was tust du mir an? Aber wo haben wir denn noch einen? Ah, guck mal, ich glaube, da hinten. Naja, wir werden ganz vorsichtig da mal rüberlauten und schauen. Ja, guck mal, das sind welche. Ich würde aber gerne noch ein bisschen näher ran. Was? Was? Ja, I'm sorry. Ja, wenn du deinen Kopf auch so bewegst. Ich hätte dir direkt Teddy verteilt. Dann wäre alles nicht so leidvoll gewesen für dich, Mensch. Nämlich? Ach, Charles, das kriegst du schon hin. Da hast du schon schlimmere Sachen gemacht, bestimmt, ey. Pferd wurde gerufen. In einem Affenzahn kommt es an, galoppiert. Ja, komm, ein bisschen weiter musst du schon noch. Ich bin hierhin. Ich kann dir auch entgegenkommen. Na? Was geht? Trifft dich mit Charles. Da müssen wir hier durch. Guck mal, das war doch also eine richtig erfolgreiche Akt. Hervorragend. Klasse. Charles, was sagst du denn? Ich hab' guter Schuss, hast du gesagt, ne? Das kann ich akzeptieren. Guck mal, Arthur. Es sollte genug Fleisch hier sein, um uns alle zu verabschieden. Ja, das ist doch nice. Ich wusste, dass du dir okay mit diesem Bogen bist. Ja, ich muss auch sagen, auch wenn er... Auch wenn das eine, das zweite, nicht so souverin war, aber... Schon okay. Ja, schon okay. Ja, das muss endlich mal abhauen, die vom Schneeberg. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, das denke ich auch. Irgendwo... Wo sieht was nicht die ganze Zeit schnarrt. We give the camp cook five minutes to grab the essentials and go. And he doesn't even bring a crumb of food. Good though we caught more than one. A lot of mouths to feed. Ja, das ist okay. Und die Frau von der Rache, auch. Aber ich bin nicht sicher, ob sie viel beenden. Sie hat eine wilde look in ihrer Augen. Du auch. Sie hat sie verabschiedet, ihre Haus, alles sie hatte. Oh. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was Odriskels you ran into there? Ja, man. Ja. Last thing we was expecting. What is it with the Odriskels? You ain't dealt with them? I suppose. Yeah, we ain't run into them much the last six months. I guess because they've been over this way. Yeah, I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, comb, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. Gut, Fede, Klassiker. Ich sag mal so, zwei Menschen mit zwei Pferden und zwei toten Rehen auf dem Rücken sollten nicht direkt am hungrigen, während wir vorbei sind. Springstorms like this are the worst for animals, die all the winter sleepen. Da. Müssen wir vorsichtig sein, Charles. Was sind wir noch da hinten? Chill, chill, chill. Was sind wir denn für eine Boyle? Zur Not schmeißen wir ihn einfach rein, so ein Räder hin. Wir hoffen, dass er uns dann in Ruhe lässt, ey. Aber am besten kommt man uns einfach nicht in die Quere. Beruhigen, ja. Easy. Easy, boy. Ja, hey, chill. Alles gut, der Bär ist weg. Wir können ab nach Hause. Was? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Ah. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? Of kinds. No, not at all. I just... I know you can run it alone. No problem. I did that for a long time. I'm done with it. I was wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I'm still wondering that most nights. Ah, das ist natürlich in der Zeit ein bisschen kompliziert gewesen. We need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh. 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. You taught me to read. John, too. You taught me a few other things. Him and Hosea. Huh. I'm sure. That saved me. That saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Oh, das ist schon okay, okay, das würde ich auch sagen. Oh, der hat ziemlich nice einen Mandel. Oh, das ist schon gut, das Pferd. Charles, das ist schon okay. I appreciate you, having me take Taima the other night. Oh, ja, guck mal. Oh, der hat tatsächlich sein Pferd. Ich weiß nicht, was Dutch würde tun, wenn etwas mit dem Count was passiert. Der wo Driscoll-House war. Ich sehe mit Bill und Brown Jack. Er ist ein drunken, miserabeler Bastard, aber er liebt das Pferd. Mein Pferd ist auch ein Laugh mit mir, ey. Gut. Pferdeausdauer, die Hälfte voll. So, Piersen, jetzt sag noch einmal hier, wir können nix. Wir haben nämlich zwei. Weißfiedelhirsche erlegt. Hä? Piersen, was hast du dazu? Du unfähiger Anerbarn. Ja, ha, 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 glaub mal nicht. So, Piersen, guck mal. Guck dir das bitte mal an. Dein Ernst, Pferd? Dein Ernst? Was soll man machen? Ja, ha, 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 ha. Guck mal hier. Mach es nicht hier dahin. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing, the only thing. Keeps you saying it, does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. Mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. You'll get to skinning you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one. You dumped on the floor. Ja, ich hätte vorhin schon gerne diesen Skill erlernt gehabt, Pearson, denn wir hatten da ein paar Wölfe. Ich schätze mal, die hätten wenigstens nicht so guter, von so guter Qualität gewesen, so oft wie ich da reingeballert hab. Aber wir hätten ein paar warme Pferde gehabt, Pearson. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, run, run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Fuck, need it. It's been a tough few days. Oh, sorry. Nicht nur hier, die den Navy Rum reinlöten, sondern auch was Nices kochen. Und dann würde ich sagen, wenn ich so auf die Zeit gucke, dass wir uns diesem gelben B auf der Map in der nächsten Folge widmen. Ciao, ciao. Bis nächste Folge. So,